Und nur mal zu gucken, ob das Fragezeichen wirklich eine neue Map ist. Und ich würde es diesmal selber einsammeln und nicht von irgendeinem Gerät einsammeln lassen. Verstehst du? Stimmt. Das war aber irgendwo... Oder müssten wir nicht beide? Ja, wir haben beide ein Fragezeichen. Ja. Ja, lass doch jetzt mal zusammenarbeiten und die Fragezeichen wohl in die Runde. Ich hole das irgendwo, wo ich meine Treppe hingesetzt habe. Jo. Ja, neues Map. Neues Map. Neues Map. Wisse, wir haben uns gegenseitig... Oh ne, ne, ich hasse es! Oh, ich kann's mehr zeigen. Warum? Warum, Cedric? Warum? Keine Ahnung, hier. Ah! Ich mach's spannender. Komm, breck einfach. Tu mir den voll, breck einfach. Warte, 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 warte. Ach komm, mach doch, mach doch, mach doch was du willst, Cedric. Klasse, dich summe zu. Ah, warte, 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 warte. Ich hab was vor. Warte, warte, warte. Oh, wie sehen wir denn aus heute im Spiegel? Oh, schön. Uh, uh, uh. Oh, komm, ich tut ja den gefallen. Ich lebe es nur, um Suft zu ertragen. Leben so, um Suft zu ertragen. Äh, 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 äh. Hey, wer als erstes da ist, sollte mehr Punkte kriegen. Ganz ehrlich. Das ist mal ein anderes Spielprinzip. Ich brauch was Drehbares. Das ist alles nicht drehbar. Das ist gut. Konrad ist in die Karte erzeugt. Zum einen ist er verdammt. Wir halten in die Karte. Die Fertigk nearby. Okay. Das klappt nicht. Wow. Also ich bin am Ziel. Oh Mann, ich wüsste dich wirklich, du bist einfach nur besser als ich. Wahrscheinlich ist das mehr Zuschauererfahrung, weil man da sehr viel in den Chat liest. Aber weißt du was, ich würde am liebsten einfach nur Feindsätze gerade mitspielen. Was ist das denn? Du darfst nur einmal draufkommen. Ja, aber haltet mich! Warum mich? Ich zeig dir gleich, was das macht, wenn ich hochkomme. Nein! Nein! Voll ins Gesicht! Ins Gesicht! Ich hab was vor, ich hab was Schönes vor, was Superschönes. Ja! Jetzt kommt immer mal so ein Brett. Macht doch nicht. Ich will aber einen echten halten. Ich will den Kuh, ich bin ein Kuh. Äh... Kuh. Das passiert da! nein du bist genauso scheiße wie ich bin erkannt denn gewinnen ich bin auch im ziel ich bin tot im ziel hast du das gesehen bei mir hast du gelebt ich war tot unten im ziel achte einmal landen hahaha was ist denn gerade irgendwie ne ganz schöne Pechsträne? Kann das sein? WAS? Achso, ich bin...wollt grad sagen... Müssen da noch mal ein paar Leute mehr engagieren, ne? Das möchte ich haben. LOL Da hast du gedacht, dass der Tropfen mit Warn fährt oder was? JA! Jetzt saß dein Verbaum, ist dein in der Lücke! Bist du dir in die Treppenlücke gefallen? Warum hast du denn heute so ein Pech? Nach der Runde spiele ich nicht mehr als Erträge. Du wolltest spielen? Machen das jetzt schwer, die nächsten Teilrunden. Ist mir das egal. Toll. So. Dann machen wir's eben schwer. Ich wollte ne andere Taste drücken, als die ich gedrückt hab. Oh Scheiße. Oh Mann. Ohhhh. Ja, noch zwei Runden. Mach hin, äh. Ich freck mich grad öff. Ich baue noch ne Tür hin. Das ist gemein. Was? Warum das? Mach du erstmal. Was? 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 Ich versteh es echt nicht. Vor allen Dingen jetzt fährt das Ding mit Klebstoff dort hoch. Ich hatte da gar nichts mehr. Was? 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 Was ist das? Das ist ein Esel. die die das letzte an den sorgern unter freigeschalten zurück Prozent zu den basics freigeschalten dann ist zu sein bis zum nächsten Mal ja tschüss Ciao, ciao